Heute ist es soweit. Heute öffnen wir das letzte Türchen an unserem Adventskalender, denn heute Abend ist Weihnachten, heute ist der 24. Dezember und das Türchen bei uns heute wird Ihnen präsentiert von der Sparkasse Nienburg. Ihr starker Finanzpartner mit 22 Geschäfts- und 10 SP-Stellen, der fahrbaren Geschäftsstelle und 446 Mitarbeitern kümmert sich die Sparkasse um die Menschen in unserer Region. Und heute gibt es zu gewinnen dieses iPad Air 2. Die Sparkasse Nienburg wünscht viel Freude und eine wundervolle Adventszeit. Sie können also jetzt schon bei uns heute Vormittag Ihr erstes großes Weihnachtsgeschenk abstauben, dieses iPad Air 2. Und alles was Sie machen müssen ist anrufen, anrufen, anrufen. 050 21 40 30 Nienburger Vorwahl und dann die 40 und die 30. Radio Mittelweser. Wir sind von hier.